Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ja, das ist jetzt mal die, ich sag mal die letzte Folge von der Aufnahmesession hier. Wir haben doch viel geschafft, wir haben den Boss gekriegt, wir haben viele Bananen gesammelt, Lenky haben wir jetzt auch im Team und ich wollte jetzt mit Lenky halt rausgehen und nochmal schauen, ob wir irgendwas vergessen haben. Ach ja, 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 ich weiß, wo wir noch reingehen können hier. Ich weiß, wo wir noch reingehen können. Und zwar ist der da, ne? Ja. Hoppa, da können wir noch reingehen. Und uns die Friede, Freude, Eierkuchen-Dinge holen. Ich weiß nicht, was wir hier hinten kriegen. Hopp, 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 hopp. Fünf sollten angeblich hier drin gewesen sein. Okay, vielleicht finde ich die eine irgendwo mal, wenn ich mal durch Zufall hier durchgehe. Äh, ne, ich glaube, ich muss. Machen wir mal so. Schauen wir mal, ob wir den kriegen. Aber ich glaube, das sollte machbar sein. Haben wir. Haben wir geschafft und dann gehen wir da rein. So. Da geht's. Ja, wir wollen. Auch eine ganze halbe Flasche Wasser weg. Ach, ja. Stimmt, ja. Was erwartet uns hier? Ah, erstmal eins sammeln. Nice. Hier. Oh mein Gott. Haben wir. Was ist rein? Nur drüben, nur was? Nee. Hier drüben ist auch nichts okay. Oh, Arschklatscher. Okay, das ist egal, wo wir nachher durchgehen. Zack, zack. Mal gleich wieder. Zack, zack. Andersrum nur. Da haben wir kleine Fressecke hier, bitteschön. Ein bisschen eingesammelt. Keine Wüsten hier. Okay. Keine Münzen für uns. Okay. Ein Minigame? Okay, das ist auch was geiles. Ein Minigame in Tempelzone. Willkommen zum Bonus-Stage. Ah, ha. Okay, mit A. Mal draufhauen. Hä. Hey, komm her. Hey. Komm her, du kleine Drecksauro. So. Du lachst mich gleich nebenher aus. Das ist noch schaffen. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Hihihihi. So. Nichts, Bananen. Hätt damit. Dankeschön. Donkey Kong. Mit dir, die haben wir, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es gibt es immer fünf pro Level, ne? Get out. Ich weiß nicht, warum man 30 Sekunden hat. Vielleicht wegen den dicken Männern hier. Ich kann auch wenigstens einsammeln. Hab, 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 hab. Auch nicht so schlimm. Wuhu. Das ist manchmal nervig, so ist es noch mal neu. So. Haben wir das auch schon mal. Jetzt fehlt ihr nachher nur noch der letzte. Big, 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 big. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der letzte Donkey Kong heißt. Das haben wir eigentlich schon mal alles hier, ne? Dann können wir ins erste Level wieder gehen oder raus und ihm den Schlüssel auf jeden Fall abgeben. Nee. Cranky will ich nix machen. Ich weiß nicht, wo sonst nur einer finden würde. Wo er aber nur einer geben sollte. Bin ich überfragt. Weil da ist ja, glaube ich, nur noch... Aua. Und bin ich jetzt hier rübergegangen. Ananas. Da drüben ist noch ein Ananas. Das war's dann, glaube ich. Das war's dann ja auch. Ja, da ist noch die Ananas. Ja, da ist noch die Ananas. Komisch. Na doch, verschwindet doch alles. Aber ich muss jetzt auch zurückgehen. Diese komischen... Schlag-mich-tot-Dingern hier zu aktivieren. Die hier. Mit die, die. Nummer 1. Der verschwindet schon mal. Und Nummer 2. Bananaspiel. Nice. Kommen wir auch ne Banane hier. Äh... Wie soll ich denn da rankommen? Äh... Hallo? Was soll ich denn hinkommen? Ist das von hier, wo ich... Nein, ich will doch nicht. Geh weg. Okay, weg. Tschüss. Okay, hier die... Ne, hä, wie soll ich denn da hinkommen? Gut. Ich hol mir Lenky wieder. Vielleicht? Ne, ich glaube aber nicht. Ne, der springt noch tief. Der springt noch niedriger. Ne, hier haben wir das. Ist das okay? Sonst haben wir nichts. Naja. Vielleicht kommt das noch, wenn wir in den Dicken haben, dass wir dann vielleicht irgendwas finden. So, da haben wir was zum hochheben. Da haben wir was zum hochheben. Dann haben wir nichts mehr, ne? Hoppla. Ach, hier, warte, genau. Aufladen und... Vollgas. Ja, damit... Ja, ich will jetzt eigentlich hol den Schlüssel... Bring den Schlüssel jetzt weg. Das müsste so zwei gewesen sein. Zwei, drei, vier, vier. Hier ist es nicht. Eins. Eins ist es. Jawohl. Haben wir eigentlich hier was hinter? Da drüben gehe ich jetzt noch nicht hin. Könnte ich vielleicht erkunden gehen. Oder so. Aber... Hier haben wir was. Ah, guckt mal eine an. Passtend ausgewählt. Passtend ausgewählt. Da haben wir eine Banane. Wir haben jetzt, glaube ich, zum letzten Mal... Wie weit sind wir jetzt? Wie viele 30 Bananen haben wir jetzt oder so? Wie haben wir denn jetzt? 32 Bananen. Oh mein Gott. Hatten... Ich glaube, in der vierten oder fünften Folge 22 Stück schon. Das ist aber enorm. Wie viele Bananen? 100 Bananen würde es, glaube ich, geben. Oder so, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Jetzt haben wir da noch da hinten noch was. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir hatten hier noch was. Aber jetzt gehen wir mal erstmal den zweiten Schlüssel ab. Freut er sich. Was passiert jetzt? Okay, okay, okay. Ein, wo wir drauf können. Nett. Das scheint jetzt das dritte Level zu werden, oder? Da haben wir auch noch was. Unter Wasser Level. Es wird irgendwas mit Unter Wasser viel zu tun haben. Okay. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal geil. Nein, ich schaffe ihn nicht so. Und hier hat damit was zu tun. Ah, kann ich noch nicht einsetzen. Dann muss ich mal ins erste Level, wo ich jetzt auch reingehen werde. Das dauert jetzt noch ein Stückchen, bis ich da hingelaufen bin. Ich schaue gerade auf. Wir haben jetzt gleich 10 Minuten. 10 Minuten haben wir jetzt. Und, ähm. Dann gehen wir noch kurz ins erste Level. Stehen davor. Und dann mache ich einen kurzen Cutting-Platz. Eine kleine... Eine kleine Folge, würde ich sagen. Ja. Ne, ich mache was anderes. Ähm. Wir machen das in der nächsten Runde. Und da würde ich sagen, ähm. Ich verabschiede mich hier. Ich hoffe, wir haben die letzten Donkey Kong-Folgen gefallen. Für euch ist es halt immer alle zwei Tage eine Donkey Kong-Folge. Oh, er jongliert von uns. Noch zum Ende. Und balanciert auch nochmal. Nice. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen nach meiner Aufnahme-Session. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Folgen bei Donkey Kong 64. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.